Hallo Leute, wir sind GodSlave und wir brauchen dringend einen eigenen Bandbus. Da wir uns den aber leider nicht selbst finanzieren können, brauchen wir eure Unterstützung. Wir sind durch und durch eine stolze Selfmade-Band. Das heißt, wir organisieren und vor allem finanzieren alles aus privater, eigener Tasche. Im Herbst gehen wir wieder ins Studio und für die komplette Produktion sparen wir fünf schon eine ganze Weile. Für einen Bus ist da leider überhaupt kein Geld mehr da. Aber warum brauchen wir eigentlich einen Bus? Das ist so. Bisher sind wir immer mit einem privaten Auto gefahren. Wir fünf nicht mehr ganz so schlanke, alle zusammengefärscht mit tonnenschwerem Equipment in einer Karre. Das belastet so ein Auto wirklich massiv. Besonders wenn man regelmäßig durch ganz Deutschland, Penelux und England damit fährt. Durch diese massive Überbelastung haben wir das Auto über die Jahre ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Wir können und wollen das so nicht mehr machen. Wir brauchen eine Karre, die für diese Belastung ausgelegt ist. Und jedes Mal einen Bus zu mieten bedeutet, dass wir bei den meisten Gigs drauf zahlen. Also quasi für unsere eigenen Auftritte bezahlen. Das kann es ja wohl auch nicht sein. Im August stehen wieder zwei Gigs in England an und einige weitere in Deutschland bis Ende des Jahres. Und nächstes Frühjahr werden wir mit dem neuen Album wieder viele Wochenenden für euch auf Tour sein. Wir brauchen diesen Bus also wirklich dringend. Mit eurer Unterstützung haben wir über die Jahre schon wahnsinnig viel erreicht. Und dafür sind wir euch unendlich dankbar. Ich bin überzeugt, dass wir auch diese Hürde gemeinsam schaffen. Um euch für eure Unterstützung was richtig Geiles zu bieten, bringen wir über dieses Crowdfunding eine exklusive Live-CD raus, die es ausschließlich über die Kampagne geben wird. Außerdem könnt ihr mit uns wandern gehen, ein geiles Whisky-Tasting machen oder euch als Sponsor auf unserem Bus verheben. Allein schaffen wir das auf keinen Fall. Mit euch aber schon. Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung. Und auch ich wird das alles gar keinen Spaß mehr machen. Ihr seid genauso Teil der Band wie wir 5 Karoten. Jetzt muss ich aber Schluss machen. Wir proben die neuen Songs fürs Album. Bis zum nächsten Mal.